Ich lerne Deutsch. Nummer 2085 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Der Kollege ist nicht an seinem Arbeitsplatz. Vielleicht kannst du ihn später erreichen. Der Kollege ist nicht an seinem Arbeitsplatz. Vielleicht kannst du ihn später erreichen. Das Lernen an der Uni fällt mir leicht und ich werde bald mein Examen machen können. Jetzt verstehe ich das Spiel. Jetzt verstehe ich das Spiel. Es ist einfach. Ich brauche etwas Zeit, um über das Problem nachzudenken. Ich bin überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Mit einer Schnorchelmaske kann ich interessante Dinge auf dem Meeresboden sehen. Das muss ich mir genauer ansehen. Beide Packungen sehen ähnlich aus. Das muss ich mir genauer ansehen. Beide Packungen sehen ähnlich aus. Unsere Arbeit auf dem Bauernhof beginnt morgens um 5 Uhr und dauert bis spätabends. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe ein tolles hundefreundliches Hotel gefunden. Ich habe ein tolles hundefreundliches Hotel gefunden. Wollt ihr mich im September dorthin begleiten? In dieser Umgebung mache ich viele Beobachtungen, die ich mir aufschreibe. In dieser Umgebung mache ich viele Beobachtungen, die ich mir aufschreibe. Welche anderen Zutaten gehören noch in diese Suppe? Welche anderen Zutaten gehören noch in diese Suppe? Ich schreibe mir alles auf. Ich denke, jeder versteht jetzt, wie wichtig es für unser Unternehmen ist, diesen Kundenauftrag zu erhalten. Ihre Haare sind gut gepflegt. Nur Bettina gefällt die Farbe nicht besonders. Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Im Fluss ist kaum noch Wasser. Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Es ist alles miteinander verbunden. Wir erklären Cloud Computing auf einfache Weise. Es ist alles miteinander verbunden. Wir erklären Cloud Computing auf einfache Weise. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Auch diese Woche haben alle Mitarbeiter des Krankenhauses gute Arbeit geleistet. Auch diese Woche haben alle Mitarbeiter des Krankenhauses gute Arbeit geleistet. Ein gesundes Frühstück ist nie langweilig. Jeden Tag kannst du verschiedene Produkte miteinander kombinieren. Wir kennen uns seit zwei Jahren, seitdem sind wir unzertrennlich. Wir kennen uns seit zwei Jahren, seitdem sind wir unzertrennlich. Ich möchte mich bei allen für die Glückwünsche zum 10-jährigen Dienstjubiläum bedanken. Ich möchte mich bei allen für die Glückwünsche zum 10-jährigen Dienstjubiläum bedanken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. ... Vielen Dank.